ja willkommen mein name ist an die ruhe und ich begrüße euch zurück zu let's play kingdom h2 final mix herzen folge haben wir die arena arena unterwelt arena in der arena als olymps abgeschlossen die erste und ja wir sind jetzt in halloween town und ja jetzt haben wir festgestellt dass jacks gelegt mir lieber eine weihnachtsfeier feiern möchte anstatt halloween und natürlich sind wieder herzlose in der gegend und die müssen wir platt machen weil warum nicht und ich habe donald nicht dabei den baue ich doch für die helden form für die weisen form gerade in halloween town ist hier einfach zu level wir schnappen die uns da hat da kein problem da muss jetzt herausrufen ganz aufforderung weisen form nicht so viel kaputt machen ich muss ein paar lehnen da sieht man die veränderung von der form nicht so auch wenn wir die weisen form nicht so viel kaputt machen wir haben ich war wenn er unter das ist ein bisschen größer als die anderen das bin ich mir nur ein meins machen wir haben zu tragen es ist so gemacht mit der weisen form der zu töten ist voll schwer ich sage nickel draußen bei diesem tor wo die ganze sache entspannt angehen können also gut leute dicke graus braucht leibrichter den direkt das sind wir sicher so an dadurch durchbruch eine brick ewing hast es und die mit ihrer blöden banne ich kann die wandel so hat von nicht ab ich habe mich nicht wieso sind die füße sind die füße ich mache mich fertig silence die feuer wache mein gott mal jetzt macht was sie hat irgendwie weil da befindet sich weihnachten hinter einem friedhof mein gott ich habe sie ich hatte 17 glaube ich jetzt genauso wie ich geplant kann man ja noch die türen uns auch nein ach und hier kommt jetzt nicht wieder das verstehen kannst du noch ja jetzt habe ich wieder an ein wenig anruft ich wesens markt ein bisschen dann kann ich wieder hier weil ich will meinen form sagen reisen noch ein bisschen mehr abziehen meine normalen angeboten hat hier alles ist nicht mein gott schweifel einfach so wie jetzt irgendwelchen hier so verpflichtet sein freusten meiner weiß nicht ob das egal ist wer weniger erledigt habe ich die erledige oder die aber ich habe wieder maximal drei gegner kann ich ja jetzt zum anderen dingen nennen auch mal es geht wieder rein und haben ja maxim und haben drei erledigt so machen dann die pros ich bin euch da rein oder rein ich werde ich irgendwie nicht mehr mit den ganzen charakteren wenn die irgendwo rumlaufen aber ich habe ich nicht mehr mit den christmas die schweifelte halloween kann man so tiefer von jahr ich wollte etwas neues und ich habe das hier ist eine Welt voll mit wunderschön die lege von denen du nie gesehen hast ich habe in meinen Augen alles war so frisch und entschuldig komm mal einfach öffne eiskalt da rein es kommt eine mix exclusive content wieder was im original nicht so war meine ich also ich weiß es aber wieso so habe ich es gemeint und zwar die kostüme wörtlich kalt Du, er ist ein Schneemann. Obwohl, wie ist es gut aus? Duh! Was los, Profi? Kein Bock auf Santa Claus? Nikolaus meine ich. Ich denke mir, da soll ich auch die Schnauze voll. Ich habe mich einfach mal groß wie vor wie er irgendwie sein. Hier ist man bei diesem Schildwurf einsetzt. Ich habe nur die Schnauze voll. Also völlig angepisst sein Schild weg. Das bringt mich immer zu machen. Ja klar, diese komischen Boxen können sogar richtig nervig sein. Bei der weisen Form weiß ich, wie ich darum gehen kann. Oh Gott, nein. Bloß nicht. Ach Gott. Das passt ein bisschen zu Halloween. Aber egal. Das ist ja, ich kann auch keine Situation kommen. was machen. Jetzt kann ich nicht daran. Das war gut so. Jetzt schießen wir so. Ich bin doch schnell. Du kriegst mich nicht. das wird mich nicht so. Ich habe eine beleuchtung. Na ja. Ich habe nicht mehr zu haust. Aber ich habe mir das funktioniert. Ich habe mir das jetzt verliere mich. da haben wir das schon wieder verschwendet ja er macht das schon mieter stein okay kann ich sehen was ich eigentlich so mega portion okay ich habe wieder posten ist doch nicht fertig ich werde man auch kommt so wie gebraucht jetzt geflogen jetzt geschwebt man leute macht die da ich meine ich hin und dann glitschen irgendwie die feine alle kaputt das ist das aus von die kohle auf da muss man aber ein paar mehr sätze gemacht wie diese ganzen ecken und kanten keine ich hätte die weißen form schon längst auflernen können wir aber nahe in diese fetten viecher wäre wahrscheinlich ein bisschen schwierig gewesen ich war auch immer schön brav kacke scheiße bist jetzt ich 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 nicht story und wo sie sich kurz ist hier hat große weihnachtstrauen weihnachtsland mein gott man hat die dinger sollte ich auch mal irgendwann mal nachgucken so langsam ein paar zusammen machen nachgucken habe ich in jeder welt alle ab oder was ich weiß dann immer überlegen jimmy's tagebuch ein gucken so wenn ich wüssten wer das dann tritt er in den internen klaus i wanted to talk you about christmas for it to wait i need to see how things are progressing in my workshop wirklich nicht mit epic center an der alte andere spiel man sie auf meinen kanal bänner auf mein kanal der bild epic center direkt in der mitte der center macht keine gnade und verprügelt alle alle kinder die umgezogen waren und auch die die nicht umgezogen waren einfach nur weil er spaß daran hat fragt mich es ist nun mal so ja ich bin genau musikbar wenn es ja ja regner da vielleicht nein da was ich bin auch ein nein schon wieder halt eine sekunde ich glück habe krieg ich ja wieder drei voll wenn ihr wieder umlautschen ja schon zweimal das ist irgendwie nicht so gut also mal nochmal auf die folge kaputt zu machen muss sie kaputt machen glaube ich weiß nicht ob das funktioniert die pisse schieße ich eben ab ja jetzt muss man kann untersuchen dass irgendwie klar hat sie da einführen wie blöd glaubt ihr bin ich eigentlich weiter im augen gott ich weiß ich glaube ja habe ich schon eingesammelt hier kann man glaube ich gut level wir kommen mal kleinere gegner fbh nicht schlecht ich doch jetzt nicht abjusen er geht aber weiter was so looking forward to destroying that ridiculous christmas town but now that sorry those imbeciles are here i think a change of plan is called for revenge before pleasure after all the magnificent malevolent kind of course that sounds really bad like oogie's kind of bad and that's super duper bad oogie boogie that bag of incensed incest how intriguing and where might i find him ok yes now i remember more intriguing still i believe i'll bring your master back for you haha 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 oh man eine sekunde noch ich möchte es präger an spritt wie ich früher mal gelandt ein erfahrungsbooster wird nicht so da zu kommen legen wir an der fett leveln sowieso kein problem in dem spiel weil so wichtig ist es noch nicht aber von den dingern jetzt zerquetscht worden aber ich will noch nicht finden auf den linken ein auf den! ich bin auf gm, aber okay damit ist endlich will da rein badewanne war am laufen wasser tropfen erwartet man das wortwörtlich gelaufen eu nunca esqueci o que eles me disseram e... o que foi que eles me disseram? te esclarei como um burro! isso suena mal! e o Jack ajudou! ainda pior! eles te cramaram é certo, é certo! é uma coisa que eu não vou esquecer em breve é a última coisa que eu me lembro e é a única coisa que eu me lembro até que eu ensino aqueles clowns não se mexer com Mr. Oogie Boogie! sim, é certo é o espírito e eu já tenho o perfecto plan já me lembro já me lembro você já ouviu de Christmas Town? Mr. Oogie! wake up, wake up! eu quero ver como ruim você está parece que ele precisa mais tempo para recuperar eu quero ver como ruim você está eu quero ver como ruim você está eu quero ver como ruim você está o que eu quero ver? es war ja willst du ich mache die platte wo ich glaube der ist er kann gefährlich werden ich glaube wir kommen die antiformen die ganze zeit verwandeln in dem kampf das ist nicht so toll ist hatte ich schon zwei war naja das war mal eine vernünftige beschwörung ein was wir bei diesen formen das war nein er war unbesiegbar die 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 Nein. Wer ist mal hier mit? Boah. Hohohohoho. Voila. Wie du willst was essen? Ich komm dir da rein. Oh, danke. Oh Gott. Ma. Da komm ich nicht ran. Hergeblieben. So gefällt es her. Ich freue mich nicht ran, Mann. Geht noch einmal. Wir rufen. Ja. Einfach neue Dinger verbrauchen. Ich möchte ja aufleveln. Komm, mal rein. Knapp. Ich bin dran. Sturmsatz. Überall. Maximum. Maximum. So. Schlitz. Nein. Es hat Spaß gemacht. Und wir sehen ob Uri Uo. Ugi Ugi Ugi. Ugi Ugi. Ugi. Ist ja nicht derjenige, der damals versucht hat, die Stadt zu übernehmen. genau der freunde ich hoffe ihr seid auch probleme verarbeitet zwischen sind wir es doch gar nicht mehr anders gewohnt schon wieder eben weisen worte von gufie aber mann zurück nach weihnachtsland oder ja aber gar nicht gezeigt verdammt das epic center ich meine nikolaus ich bin schon verlaufen ehrlich wenn du die ganze weihnachtsland ist ich bin sicher etwas schreckliches passiert wenn du nicht ich bin hinter mir meine vorbereitungen ok sag ich habe ihn zu Hause er hat etwas zu sagen über christmas aber das ist es bitte geh nach Hause und lock die dritte und wenn jack knackt Oh, ja. ich glaube die böse ich habe viel mehr spaß jemals schon am lachen sind was geht es ist los jenny checke bugi hat dick ausgebildet oh nein warum willst du immer noch und der ist ins weihnachtsland unterwegs doppel nein wir müssen uns beide naja single shit was geht und nein ich habe da eine fähigkeit glaube ich gucken wir zum nächsten mal dann schon viel zu lang ja der part gegner gegner kommen ja auch ja das ist ein level ab ach so ja stimmt aber einsetzen ich dachte ihr seid diese noch statt kann sicher anscheinend nicht okay ich noch eine cutscene wir haben schon wieder viel zu lange nein Was that the foils? I hope our jolly old friend is looking forward to becoming a heartless. Uh! Clumsy opf! Are you still here? Why don't you boogie on back where you came from? You're grabbing my style! Have you already forgotten who brought you back, you insolent bagger of bugs? offensichtlich dann gehen auch ohne mich zur wunde was ich wusste sie wohl zur wunde gehen weiß nicht ob das sarkastisch gemeint war oder ob das jetzt ehrlich war ob hier weiß nicht was vergessen hat oder nicht ja sowieso kein anderer noch den wir besuchen können ist auch klar dahin gehen müssen leute ich würde sagen ich bin dem partie ja und wir sehen uns dann in der nächsten war von der king nummer zwei feine rex ich bleibe mich alle zuschauen sagt tschüss bis zur nächsten folge